Okay, Erebor, verteidigen. Nichts leichter als das. Zumindest mit den Reitern, die wir haben, sollte das kein großes Problem darstellen. Ich renne einfach drüber. Vermicht die Baumeister. Zerstöre die Gebäude und ignorieren, wenn möglich, den Helden. Ich glaube, Gimli war es. Müsst schon gehen. Okay. Ja, es wäre schön, wenn ihr da rauskommen würdet. Okay. So, dann reiten wir hier mal raus. Ich sollte mir vielleicht noch die Fähigkeitspunkte hier ausgeben. Okay. Schön, so. Theoretisch müsst ihr ja hier irgendwo spawnen. Aber das sehen wir auch gleich. Wir haben auf jeden Fall noch einen Fernschuss. Das heißt gar nicht Pfeilhabe, sondern Fernschuss. Na dann. Dann bilden wir die Eurin halt hier aus. Stört mich jetzt auch nicht. Oh, 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 oh. Das schaut ja schon mal ungut aus. So, wo sind sie jetzt? Wo haben sie sich aufgebaut? Auf, auf, raus! Das ist ein Lager aufgeschlagen. Schnell! Das Gebäude ist fertig! Ja! Dort ist er. Wir brauchen unsere Sperre! Reitet sie alle nieder! Okay, mal sehen, ob wir das vernichten können, bevor es fertig wird. Das Gebäude hier wird fertig! Das wird doch nochmal ein richtig ekliges Missionchen hier. Also das wird nicht einfach. Weil die nerven mich ja jetzt schon wieder. Oh, 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 oh! Ja gut, das sollten... Ja gut, das schaffen sie. Okay. Schaffen die das? Ja. So, dann stellen wir lieber das Gebäude noch. Und dann gucken wir mal, dass man den Baumeister hier deckt hat. Ah! Wo ist der Baumeister? Dort. So, wenn ihr das Gebäude jetzt noch schnell genug vernichten könnt, müsste ich ganz gut dastehen. Ja, irgendwo kann ich irgendwo noch bauen. Bis weiter. Gimli. Okay, zumindest konnte man das noch recht easy verteidigen. Auch mit ein paar Verlusten, aber... Geht schon. Und ich habe die Eowen wieder ausbilden können. Ja, viel haben sie nimmer. Das bisschen Ork und das bisschen Zwerg. Dann nehme ich jetzt den Boromir mit nach unten. Äh, der Theoden bekommt jetzt noch einen, ähm, weiter. Greift dann an. Das schickt man jetzt aus der Armee so viel nach vorne wie möglich. Ja, tauschen wir noch mal. Hier bauen wir eine Festung. Das schickt man rüber. Also, das bleibt gut. Nimm Aragorn da rein. Der Rest steht defensiv. Da können wir noch einen Dingsbund bauen. Ah, ne, keine Kaserne. Keine Kaserne. Hier kommt ein Gehöft hin. Hier können wir eine Kaserne bauen. Hier noch. Okay. Der ist da echt rüberges... Wow. Der ist da rübergesprungen. Hm, ich war nachlässig. Jetzt, das... Okay. Und da müssen wir nochmal richtig kämpfen. Aber wenn ich die Armee vernichte, glaube ich, hat er nimmer viel. Ah, Ithilien. Ich sehe es schon am Weiher. Hat ganz schön lang gedauert, bis wir an den Flecken Erde gekommen sind. Aber den holen wir uns zurück. Den holen wir uns zurück. Da haben die Orks keine Chance. Jetzt ist Schluss. Das holen wir uns wieder. Hier ist der Weiher. Okay. Erstmal geben wir noch alles aus. So. Müssen wir die noch ausbilden? Ne. Okay. Der kann sich aber dann schon mal... Sobald ich den Gegner sehe, teleportiert sich der Gegner. Äh, der... Tomir. Es würde mich interessieren, warum meine Leute so langsam laufen. Wimpernschlag hat als Hotkey K. Das ist natürlich extrem schlecht gewählt. Weil es einfach mal ewig weit weg von allem ist. Ah, da ist er. Okay. Ja gut, richtig. Schwierig ist das jetzt nicht. Das habe ich ja so schock geworden. Der Blitzschlag macht gut Schaden. Einen Katapult hat er noch irgendwo. Oder mehrere Katapulte. Oh ja. Machen wir noch ein Elendie. Zerstören die Katapulte. Wenig Zeug haben sie ja nicht gerade. Aber das kriegt man schon hin. So. Läuft. Okay. Jetzt der Aragorn. Okay. Der Nazgul ist tot. Das Katapult ist weg. Jetzt können wir hier... Erfüllt euren Eid. So. Ja, der hat da halt ein bisschen was. Aber gefährlich ist das jetzt nicht. Okay, wir haben es verteidigt. Oder eingenommen. Besser gesagt. Ja. Gut gemacht. Also ihr Feeling gehört uns. Aber war eigentlich ziemlich cool. Hier mit den Katapulten und den Olifanten. Da hat er eine ganze Menge Armee. Aber einfach halt... Einfach mal weg. Weggeraged. Komplett vernichtet. Da müssen wir jetzt nochmal kämpfen. Kriegen wir aber auch hin. Gleiche Taktik wie vorhin. Nur diesmal haben wir ausgerüstete Einheiten. Das heißt... Baumeister vernichten. Gebäude vernichten. Am besten in der Reihenfolge. Dann läuft's. Dann haben wir die Zwerge vernichtet. So. Zwerge ist... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube... Die Karte heißt Eisenberge. Ich kann mich aber auch irren. Hab jetzt nämlich nicht nachgeschaut. Er weiß nur eins. Der Gegner hat nicht viele... Nicht viele... Einheiten. Das war das Wort, was ich sucht habe. Viel hat er nicht mehr. Er hat einen Hero. Und das war's eigentlich. So in groß und ganz. Ja, die springen. Ah, siehst. Da hat er schon was. Das können wir ja vernichten. Ich weiß nicht, warum ich das sehe. Oder gesehen habe. Aber... So. Theorie. Ah, eine Festung ist auch noch. Okay. Als König Rohrhans gewähre ich euch meine Gunst. Bleibt sie zurück! Lasst uns gemeinsam Schwerter ziehen. Ruhmreicher Angriff. Dann die Gunst. Dann stellen wir den noch auf Defensiv. Dann machen wir hier noch einen Pfeilhahn oder einen Fernschuss oder was auch immer. Und dann müssen wir die Festung angreifen. So, Vorsicht Theoden, nicht sterben. Da hat's noch einen Helden. Ein Gläuen. Der ist jetzt auch gestorben. So, und gleich vor die Festung noch an. Haben die das? Ja, das war so fertig. Warte. Viel Schaden macht die Festung jetzt nicht. Das passt also. Jetzt vernichten wir noch diese Halle. Ja, das geht schon Stück für Stück. Kriegen wir das schon hin. Der Theoden stirbt mir jetzt, aber das macht auch nichts. Der hat seinen Zweck bereits erfüllt. Ja, der König Rohrhans. Der hält halt nichts aus, der Olle. Mit 2200 Gesundheit ist er halt wirklich stark. Der hält halt einfach nichts aus. So, dann können wir den Gang. Heißt das wirklich Gang oder Mine? Minenshaft. Den können wir noch vernichten. Stimmt, Gang. Gang heißt es, glaube ich, bei den Orks. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt den letzten Baumeister noch schnell vernichten kann. Und GG, komm schon. Ja, gut. Wir schauen nochmal nach, ob das auch wirklich die Eisenberge waren. Ich vermute mal schon. Haben wir auf jeden Fall relativ easy jetzt noch abfrühstücken können. Ja, Eisenberge. Ah, der Gimli. Mit 10 Katapulten. Ja, sind die des Wahnsinns. Oder es sind... Nee, nee, es sind Katapulten, sind nicht die Streitwagen. Mit 10 Katapulten. Ich kotze ab. Krass. Ich glaube zwar nicht, dass es mich jetzt töten würde, aber es ist halt schon viel. In meiner ausgewogene Armee ist es jetzt auch nicht, aber... Die Katapulte der Zwerge knallen schon ordentlich rein. Die mit ihren Doppelschüssen, die sie da haben. Also, auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Dass er damit angreift. Wir müssen diesen Übel trotten. Holst eure Waffen. Haltet die aufmerksam. Ich fürchte weder Tod noch Smerz. Nein, ich bin jetzt so reise. Jetzt bilden wir hier erstmal aus. Dann. Oh, sehr schön. Ich kann ausrüsten. Die Schlacht wartet. Okay. Gut, gut, gut. Das gefällt mir. Ich kann die ganzen Einheiten ausrüsten. Jetzt bin ich nur echt gespannt, wo... ...wo zum Henker die sind. Da könnte so einiges wichtig für uns sein. Deswegen macht die Eowind das auch. Okay, das sieht gut aus. Bannerträger. Braucht man nicht. Haben wir schon. Ah, ne, haben wir noch nicht. Ich hab keine Kohle mehr. Ach, Vorsicht. Die ganzen Katapulte hier. Ach, du Heilige. Wow. Und dann mal mit dem ganzen Feuer. Nee, ist klar. Ach, du Heilige. Extrem interessant ist das. Extrem interessant. Extrem interessant. Ja, dann haut's kaputt. Die Baumeister. So, dann zerstören wir das noch. Aber der muss noch mehr Baumeister haben. Da bin ich mir ganz sicher. Okay, das Upgrade ist fertig. Dann machen wir noch die geschmiedete Klinge. Nach Möglichkeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah ja, okay. Da hat er noch. Den Baumeister. Also ich hab auf jeden Fall ein paar Reiter verloren. So viel steht mal fest. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Die Klingen sind fertig. Auch nicht schlecht. Ich fürchte weder Tod noch Schmerz. Dann muss ich nur noch upgraden. Und die schweren Rüstungen machen. Auch wenn ich glaub, dass ich die gar nicht mehr benötige. Da ist noch ein besetzbarer Turm. Da passen halt drei Leute rein. Nicht schlecht. Und das war's. Okay. Damit sind die Zwerge vernichtet. Ithilien gehört uns. Jetzt müssen wir wirklich nur noch nach Mordor einmarschieren. Und das war's. Also die Bedrohung aus dem Osten. Wir haben ein Land verloren. Abgewendet. Äh, Rune gehört uns noch nicht ganz. Da fehlen uns noch... Was sind das? Die Totensümpfe? Die Totensümpfe. Ja, natürlich. Okay. Ähm, defensive Einheiten müssen nach vorne gebracht werden. Das ist jetzt natürlich extrem doof, weil ich mit den beiden... Ah, Mann. Und ich muss ja hier noch einnehmen. Ja, okay. Das heißt, das verzögert sich alles doch noch ein bisschen. Okay, was schickt man rüber? Die Einheiten. Ja, gut. Dann lassen wir die. Ja, die Katapulte kann ich auch da lassen. Die müssen nicht zurückgeschickt werden. Die können ausgerüstet werden. Dann bilden wir nochmal aus. Da bilden wir nochmal aus. Dann schickt man so viel wie geht. Nach vorne. Den Rest dorthin. Geht nicht. Äh, wir können aber noch ein bisschen schieben. Naja. Zack rüber. Zack rüber. Zack rüber. Haben ja fleißig ausgebildet. Dann nimmt halt der Boromir das jetzt ein. Und das passt dann schon. Okay. Weil das muss ich einfach noch vernichten hier, den Kamul. Da habe ich eine Festung. Hier habe ich nichts. Das ist ein Riesenproblem für mich. Aber sehen wir schon. Ah, passt. Perfekt. Zieht er sich zurück? Yep. Das war ein Riesenfehler, weil jetzt verliert er die Armee. Hier wird er sich auch zurückziehen. Und jetzt seht ihr, was passiert. Der Kamul, der verschwindet jetzt, weil er nirgends zurück kann. Sehr schön. Weg ist er. 10. R4. War nicht ganz einfach, aber... Das war auf jeden Fall ein ziemlich schlechter Move von ihm. So, jetzt schicken wir alles da hoch. Dann greifen wir das schwarze Tor an. Das schafft der Boromir. Der wird den Ausfall anführen. Den Angriff. Und bevor es jetzt nochmal richtig losgeht, nicht, dass es jetzt nochmal was abstürzt, sondern wir speichern. Wir haben es fast geschafft. Beinahe haben wir ganz Mittelerde unter unsere Kontrolle bringen können. Ist doch gar nicht so schlecht. Das bilden wir hier nochmal aus. Schicken die ganzen Einheiten nach vorne. So viel wie halt geht. Yep. Gut. Katapulte kommen noch mit. So, dann bauen wir nochmal was. Bilden wir nochmal ein bisschen aus. Okay. Ja, ziemlich einfach. Nehmen wir das Katapult mit oder nehmen wir die Heroes? Ich nehme die Heroes mit. Haben sich zurückgezogen. Zurückgezogen. Also, der Gegner ist so scared. Jetzt hat er sein letztes Land. Schade, ich hätte gern noch was gemacht. Äh, ich warte jetzt noch eine Runde, weil ich will mit allen Heroes da rein. Die Festung muss ich wieder abreißen. Das war falsch. Da kommt die Gehöft hin. Und dann greifen wir jetzt mit allem an, was wir haben. Mordor wird eingenommen. Ich glaube, in Herderinger 1 hieß dieses Land noch Nurn. Oder ist das jetzt irgendwo anders? Harad. Ithilien. Umba. Run. Dagorland. Ja, ne. Passt schon. Keldurin. Eisenberg. Okay. Wie gesagt, wir greifen an. Und wir nehmen... Zuerst kommt der Araber und dann kommt der Boromir. Okay. Die werden wir alle nicht brauchen, aber ich möchte wenigstens einmal das Wort der Macht sehen. Das heißt, ich muss meinen Held noch auf Stufe 10 bringen. Und dann gibt's das Wort der Macht. Rums. Weil das halt doch ziemlich mächtig ist. Wunderschön. Gut. Gut, gut, gut. Da sind wir dabei. Ich gehe oben rum. Wir haben einen Bonusbaumeister. Dann bauen wir uns hier gleich eine Festung. Zack. Holen uns wieder alle. Alle Fähigkeiten. Das ist gut. Der Weg ist klar. Ich teleportiere schon mal an der Anfang. So, weil der braucht die Erfahrung. Der muss das machen. Der muss kämpfen. Gibt's hier überhaupt irgendwas in Mordor? Ich meine, wir haben hier dieses... Linksbums, Wasser. Es gibt einen Anlegerhafen. An jeder Seite? Okay. Und da sind sie perfekt. Hau rein! Gut. So. Ich ziehe jetzt doch mal alle nochmal hier zurück. Auch den Aragorn. Der muss das nämlich schaffen. Der muss das schaffen. Werft sie nieder. Das ist unsere Zeit. So. Der rennt jetzt los. Irgendwohin, wo Gegner sind. Hierher! Hierher! Unser Weg ist klar. Sie weichen nicht zurück! Und dann macht er das Wort der Macht. Ich will das sehen. Ich weiß, was zu tun. Ja, komm, dann hau sie halt noch weg. Ich muss ja jetzt nicht an einem Mist hier sterben. Vertraut mir. Ihr seid wachsam! Seid wachsam! Wo sind die Gegner? Die müssten ja ein paar Orks ausgebildet haben. Entfesselt eine Druckwelle, die Gegner in der Nähe vernichtet. Wunderschön. Genau das, was wir brauchen. Seid wachsam! Tja. Weggeblitzt. Löscht sie aus. Das machen wir. Das machen wir. Hier. Da hinstellen. Wenige Minuten, nur auf die Baumeister. Ah, da hat sie eine Festung. Okay. Ja gut, scheiß auf. Schauen wir mal, wie viel Schaden es so macht. Boah, geht schon. Toll war es jetzt nicht. Ich wollte es epischer haben. Ging leider nicht. Wir haben aber eh gleich gewonnen. Also von dem her. Wie es halt auch ist. So, Schwertmeister, hau rein, Araban. Zack. Ja, komm. Gewonnen. Bams. Also. Wir haben ganz Mittelerde befreit. Verhältnis besiegter gefallene Einheiten war gut. 74. 0,01. Läuft. Und wie gesagt, damit war es das. Wir haben ganz Mittelerde befreit. Aus Arnor. Wie gesagt, das war jetzt nicht so super schwer, wie ich es mir gedacht habe. Das war teilweise, manchmal war es ein bisschen anspruchsvoll. Aber naja. Gegen Ende lief es dann einfach relativ easy. Wir haben die Ringkrieg Kampagne gewonnen mit den Helden. Das ist schön. Wunderbar. Regionen befriedet. Okay. Sieg besiegt. Endstand. Ja. Ich war halt immer einheitentechnisch weit oben. Von den Gebäuden dann auch. Also ich war eigentlich relativ früh schon richtig im Vorteil. Okay. Insgesamt sind wir auf stolze 8,5 Stunden, glaube ich, gekommen. Nicht schlecht. 29 Runden. Erstellte Einheiten. 4.000 Stück gefallen sind mehr, als wir erstellt haben. Okay. Das Verhältnis war ganz okay. Ja. Gutes Verhältnis. Das haben wir auch gebraucht. Besiegte Einheiten. Das hat noch mehr Einheiten erstellt und noch mehr verloren. Na gut. Wow. Wir haben viele Einheiten in Echtzeitstrategie besiegt. Viele, viele Einheiten. So viele Schlachten haben wir gar nicht verloren, wenn wir hier gucken. Wir haben 50 Echtzeitschlachten gewonnen und nur 4 verloren. Das heißt, eine ziemlich gute Win-Lose-Ratio. Eine ziemlich gute sogar. Ja. Schön gemacht. Schön gemacht. Okay. Ich werde auf jeden Fall nochmal eins machen. Ich werde mir überlegen, wie ich es ein bisschen, noch ein bisschen schwieriger haben kann. Ich probiere das mal aus mit Minas Tirith, ob das wirklich schwerer ist. Und wenn, dann nehme ich es auf. Ich lasse mir was einfallen, damit es ein bisschen spannender nochmal wird. Vielleicht spiele ich auch mit Elben. Mit denen bin ich nicht ganz so gut. Weil Menschen hat man jetzt schon. Dann könnte man die Menschen als Gegner in Lord Lorien packen. Es ist dann nicht mehr ganz korrekt, aber das stört ja nicht. Ich könnte auch nach Arnor packen zum Beispiel. Das sehen wir schon. Also da fällt uns mit Sicherheit was ein. Auf jeden Fall war es das erstmal für diesen Teil des Let's Plays. Für dieses kleine Projekt. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben. Und hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Und ja, da gibt es mit Sicherheit wieder mal irgendwas. Zu lange werdet ihr vermutlich jetzt nicht warten müssen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut.